Bei der großen Pkw-Rundreise Israel handelt es sich um eine 14-tägige Rundreise. In den Leistungen dieser Reise sind der Flug nach Israel, der Mietwagen sowie die Hotels für Sie vorgebucht. Fahren Sie von Tel Aviv aus in den Süden und zum Toten Meer und entdecken Sie den Norden. Fast alle Bereiche in Israel werden hier angesteuert. Individualabsprachen und weitere Termine sind hier möglich. Weitere Details zum Reiseablauf, zu den eingeschlossenen Leistungen sowie die Termine und Preise finden Sie mit einem Klick auf das Bild.